Guten Tag, ich bin Sven Nommensen, Abteilungsleiter der Museumspädagogik im Herzog-Anton-Ulrich-Museum. Die Sammlung dieses Hauses umfasst ca. 190.000 Werke aus 3000 Jahren, von der Antike bis zur Gegenwart. Alte Kunst ist spannend und steckt voller Überraschungen. Hier drei Beispiele der insgesamt sechs zur Verfügung gestellten. So hat sich nach vielen hundert Jahren der Forschung herausgestellt, dass die Ergänzungen an dieser ägyptischen Skulptur ziemlich unägyptisch sind. Diese Kugel auf Uhr ist ein wahres Wunderwerk der Kunstfertigkeit und der Technik. Judith hat mit ihren Reizen ihr Volk gerettet. Die Hintergründe zu den Kunstwerken sind in den hinterlegten Texten nachzulesen bzw. im Film zu sehen. Ich bin gespannt auf eure originellen Ideen zu unseren inspirierenden Kunstwerken. Vielen Dank. Vielen Dank.